Das haben wir auch, aber nicht in dem Merse. Die Schweiz kann sich ja auch gerade keiner sich leisten, in Urlaub zu fahren. Eigentlich rechts von links, er hat auch angehalten, oh mein Gott. Ich habe immer noch, ich habe die Sites vergessen, ich habe die Sites immer noch nicht drauf. Oh, ihr habt MG, schön. Ja, und ich bin in offenen Panzer. Da im Keller, herzlichen Dank für... Macht mir Augen auf XG. Die Augen sind auf, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Es geht halt aber schnell mit den ganzen Emojis. Zwei Subs und zwei Leute haben, oder drei Emojis schon. Okay. Ich finde die jetzt zwar nicht so prickelnd, die im... Ach komm. War klar, den... Zwei kriegt er, den dritten bleibt er hängen. Ach man. Äh. So. Danke auf jeden Fall für den vierten Monat schon. Äh. Wie viel sind das? Äh. Ich glaube 1200 waren es. Äh. 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 Dann komm nicht. Hahaha. Viel zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch. Äh. 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 Okay. Ich krieg nicht meine Hitcam. Steht dahinter ein Wirbelwinter? Das ist ein Guck. Das ist der Zaun. Bruno. Wunderschönen. Hää. Häää. 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 Ich kämpfe gerade gegen meine Algie. Keine Ahnung was da jetzt gerade los ist. Ah. Ich habe auf dem Balkon ein wenig geschlafen. Deswegen. Äh. Entschuldigung. Moment. Ich mut mich kurz. Auf die ausgewiesenen Koordinaten. So. Äh. Entschuldigt. Na toll. Den hatte ich bekämpft. Nicht mal abschütten. Nicht mal abschütten. Augen aufgegangen. Verstanden. Gebt mir Deckung. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Ja. Oh Gott. Ach man. Das gibt es doch nicht. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Lass mich doch mal was töten hier. Äh. Grausam. Verstanden. Punkt 2 verteidigen. Ups. Ich glaub das war ein eigener. Gebt mir Deckung. An mir orientiere. Gebt mir Deckung. Aber ich hab wohl nichts beschädigt. Auf die Karte. Nichts. Passiert. Bruno wie geht's dir. Bis hab ich auf den da geschossen. Oh ja. Da hat sich was. Da ist. Ja. Aber die befinden sich da unten schon im Infalt. F... Fight. Kein Durchschlag. Jetzt treten. Na ha. Komm schon. Lad schneller. Lad schneller. Lad schneller. Lad schneller. Lad schneller. Fährt der noch? Ja der fährt noch. Abraller. Was kann denn die Mumpel? Okay. Ja. 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 Mir ist warm. Ähm. Ich habe heute. Während ich auf dem Balkon ein Nickerchen gehalten habe. Ich habe mir vorletztes Jahr wo es so richtig das erste Mal heiß war und nachts um zwölfe ich 30 Grad auf dem Balkon hatte. Habe ich mir spontan entschieden umweltschädlicherweise eine Klimaanlage zu kaufen. Auf die Karte. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Und äh. Die habe ich heute sozusagen durchlaufen lassen. Während ich auf dem Balkon war. Dementsprechend ist das Arbeitsgerät. Äh. Arbeitszimmer. Arbeitgerät. Arbeitszimmer. Das Büro. Angenehm. Ja das hast du schön gemacht. IL2. Nachteil. Na toll. Auf B. Äh. Das ist einer von uns. Oder er. Oder er. Ja. Russland, ich möchte das Bild von dir in Badewelle gar nicht haben. Da. Hä? Da. Oh, scheiße. Oh, fuck. Aua, 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 aua. Na drüben. Augen auf die Karte. Ja. Aua. Und wir verteidigen. Augen auf die Karte. Legendary Life, ja, ist ein bisschen. Einen wunderschönen Abend, wenn ich dir... Nur ein bisschen. Und ich bin ausnahmsweise nicht schuld. Ist der weiterhin auf meiner? Der guckt mich weiterhin an. Nein, jetzt fährt er weg. Jetzt kommt, repariere, repariere, repariere. No risk, no fun, no tam tam tam. Oh, kacke. War der da? Da. Lad nach, 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 lad... Oh, fuck. Der lädt schnell, der ist schnellere Periode, als ich wahrscheinlich nachgeladen hab. Mami. Komm schon. Wenn wir nicht etwas unternehmen... Okay, B ist wieder halbwegs safe. Und ich weiß nicht, auch mit dem Panzer müsste ich jetzt nicht eine andere Spielweise. Ich glaube, diese passive ist schon die richtige. Auch wenn ich ein bisschen von der Durchschlagsleistung auf Distanz ein bisschen enttäuscht bin. Naja, er hat mir auch wahrscheinlich... Hier, guck mal, drei Leute sind schon tot. Also... Die Mumpel, die ich gefressen habe, hat doch recht aua gemacht. Von daher ist sie nochmal viel mehr herrer als vorher. Ja, ja, ja. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Abfielangst. Erste Runde und so. Nicht im Sim, nein. Legend, ich glaube, du hast doch auch schon bei Kindle zugeguckt, oder? Ich frage, nicht böse gemeint, hast du schon mal Sim gespielt? Oder weißt du, wie das Spiel, das Line-Up und bla bla von Sim funktioniert? Nun, nochmal in die Event. Okay. Ähm, bei Sim entscheidet es bei BR im Prinzip bloß über mein Einkommen. Übertrieben formuliert. es gibt fixe lineups das wirst du nach der runde sehen die wechseln alle 24 stunden es gibt zwei stück 1 für heid hier 1 für lott hier und aus dem panzern die da drin sind darfst du auswählen und diese lineups nehmen das 1 1 das fängt bei reserve an und hört bei 33 auf da ist alles zusammen genau dementsprechend ist wenn hier ein panzer irgendwie das br sich ändert hat es höchstens einfluss darauf wie viel geld ich verdiene weil ich glaube du bekommst wenn du natürlich ein panzer ab 2 7 ist ein kindle sein lieblings tank da nicht 33 ich dachte es wird 33 egal hat natürlich einfluss auf auf mein einkommen also wenn ich mit dem reserve panzer in 32 7er panzer abschieße bekomme ich halt mehr wie wenn ich mit 2700 reserve abschieße genau der t18 genau beim fliegern haben sie das jetzt nach br gemacht also flieger haben jetzt im br was witzigerweise dazu führen wird wenn die änderungen so kommen wie sie denn was auch scheiße auch fuck you ohne ohne ja 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 ohne nicht 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 mehr ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix das nutzen feld snüffel also es gibt ein änderungswert für bs und die ente soll von 30 auf 23 runter also meine lieblings ente das heißt ich kann dann mit der ente rennen da du wirst mich verarschen oder auch kommen schon das muss ein hellpick sein das ist meine lieblingses ich habe leider keinen gemme ich habe leider keine mg mehr wund 15 mir 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 oh scheiße hat mich gesehen Nein, jetzt ist er wegge... Oh, fuck. No armer, best armer. Ja, dann treffe ich an der einen Kante, wo das Ding wahrscheinlich die einzige Möglichkeit hat. No pen. Und hallo, Serrero, wie geht's dir? Oh, fuck. Hallo, doch in meine Richtung. Hätte ich mit Fangglas gucken sollen. Hätte ich mit Fangglas gucken sollen. Hätte ich mit Fangglas gucken sollen. Äh, ja. In direkter! Seht ihr, was ich sehe? Komme ich da hoch? Oh ne, scheiße. Da war aber noch was. Das Kanonenrohr, was ich gesehen hatte, hatte Wüsten-Törnung. Too hot for comfort. Äh, Vorsicht, Kamera. Achtung, Kamera. Hallo. Sieh, hallo, einen schönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Das weiß ich mir. alles hängt recht sehr schön keine kurzarbeit mehr ok kurzarbeit bleibt bei uns noch und wir müssen wieder alle ins büro wobei ich dann noch ein bisschen am diskutieren bin wo ist diese rotz kack oder ist die tot ach die ist tot ok das ist die flak die ich vorher nicht erwischt aber wo steht sie ah ja ja ok ist klar ich habe jetzt mal bei risikogruppen dürfen daheim bleiben und ich habe jetzt mal gesagt ja gut ich bin raucher ich gehöre zur risikogruppe das war durch den treffer hat mein panser nach unten gedrückt oder was auf dem der risikogruppe für eine erste runde gemischte gefühle wir haben zwar das fressbrett bekommen aber sie lief trotzdem nicht so schlecht jetzt Vielen Dank.